Und dazu auch acht Chinscaps vorhin im Studio angesprochen, die heute im defensiven Mittelfeld agieren wird. Wird eine interessante Konstellation sein zu sehen, wie auch eine Zawistowska, die ausgeliehen ist vom FC Bayern, sich hier präsentieren wird. Sharon Beck im Mittelfeld und vorne, die werden sich ein bisschen abwechseln. Mandy Islacker und Sharon Beck in der Offensivabteilung. Und der Hintermann Juwildi heute etwas zurückgezogen mit der 7. Und da haben wir Anja Pfluger, die eine lange Geschichte beim FC Bayern hinter sich hat. Sie hat sieben, acht Jahre, denke ich, hat sie da gespielt. Kapitänin war sie in der zweiten Mannschaft, in der zweiten Bundesliga. Hat sich nicht durchsetzen können. Ebenso wie übrigens Laura Donhauser, die vor dieser Saison vom FC Bayern zum ersten FC Kuhn gewechselt ist und heute auf der Bank sitzt. Da haben wir also Linda Dahlmann, die den Anstoß ausführen wird. Und der FC Bayern in Rot hier im Franz-Krämer-Stadion. Ein bisschen tut es den Kölnerinnen natürlich leid, dass die Männer gleichzeitig dann spielen werden im Verlauf der zweiten Hälfte. Und ihnen schon ein paar Zuschauer wegnehmen. In der UEFA Youth League, wo der 1. FC Köln mit seiner U19 spielt, kamen sage und schreibe 3.200 Zuschauer hierher unter der Woche gegen Genk bei der 2-4-Niederlage. Da kam auch das komplette Nachwuchsleistungszentrum des FC und alle Mannschaften auch von den Frauen zum Zuschauen zusätzlich. Also da war richtig Stimmung, richtig was los. Und auch heute können wir uns, glaube ich, auf eine gute Kulisse freuen, wo die Aufsteigerinnen versuchen werden, den FC Bayern in Schach zu halten. Und die auf der 2-4-Niederlage zurückzudorten kann man den FC Bayern in Schachshaus-Spielern. im Kader und Klara Bühl käme da noch dazu, die ja heute immer noch verletzt fehlt nach ihrer Verletzung, die sie sich vor zwei, drei Wochen zugezogen hat. Kumagai heute also auch wieder auf den Verteidigungen und jetzt haben wir die erste Angriffswelle mit Dahlmann. Das ist Islacker zusammen mit Sharon Beck. Und zum ersten Mal Veronika Zawistowska, die der FC Bayern geholt hat, aber Stante Pede rüber, ausgelienert zum 1. FC Köln. Ist ja nicht so häufig im Frauenfußballgeschäft, dass sowas passiert und sie wird sich sicherlich heute auch einiges vorgenommen haben gegen ihren eigentlichen Arbeitgeber, sag ich mal. Kölnerinnen gehen sehr nah dran an die Gegenspielerinnen, versuchen da wenig zuzulassen, gleich im Mittelfeld. Und deswegen müssen eben die Münchnerinnen hier erstmals mit Gwyn häufig die Seiten wechseln, um dieses enge Netz aufzufangen. Offiziellen 4-4-2. Aber hier sehen wir es ganz gut. Islacker vorne, Beck dann schon leichter zurück. Und auf den Halbpositionen dann eben unter anderem Anjo Wilde und Zawistowska. Igros Dottir in der WM Quali gespielt gegen die Niederlande. Es gab ein Duell mit Linda Bernstein, der eigenen Teamkollegin. Die Holländerin haben 2-0 gewonnen. Bernstein kam da allerdings nicht zum Einsatz. Sadrasil, die, wie immer sich die Bälle holt, aus dem Mittelfeld als Verteilerin Und dann auch agiert die beiden Verteidigerinnen sehr hoch. Hanna Glas und Julia Gwynn, das sehen wir hier ganz gut. Sadasil dann quasi vor diesen beiden Innenverteidigerinnen. Also merkt man schon, Platz ist da für die Münchnerinnen im Mittelfeld, um sich zu entfalten. Aber wo ist dann die Lücke? Nach vorne. Sharon Beck unter Jens Scheuer schon gespielt früher in Freiburg. War eine der Spielerinnen, die einen Liga-unabhängigen Vertrag unterschrieben haben beim FC. Der FC ist ja so knapp wegen des schlechteren Torverhältnisses. Damals abgestiegen aus der Bundesliga. Und hat es dann sehr schnell wieder zurückgeschafft. Und es war relativ schnell klar, dass sie letztes Jahr das dann doch auch durchbiegen würden. Da ist der Pass mal in die Tiefe auf Bernstein. Kurznik ist dran. Erste Ecke nach vier Minuten. Und das ist immer torgefährlich beim FC Bayern. Magul wird es ausführen. Und da gibt es einige gefährliche Kopfballspielerinnen. Zum Beispiel auch eine Vigos-Dott hier. Da ist der Draußenkopf. Ja, schön, dass Julia Quinn wieder zurückkommt nach ihrer so langen Verletzungspause. Der FC Bayern hat gleich eine Doku drüber gedreht. 336 Tage heißt diese Dokumentation, die man am Sonntag dann eben schon anschauen konnte. Auf dem YouTube-Kanal vor zwei Wochen war das. Und natürlich immer noch erhältlich dort. Das ist gewährlich. Kumagai hätte da fast schon verwandelt. Aber die Münchnerin liegt noch im 16er. Lea Schüller hat es da irgendwie erwischt. Das schaut nicht gut aus. Wenn die hier so liegen bleibt in dieser Position des 16-Meter-Raums nach dieser Ecke. War ein bisschen Verwirrung auch in der Defensive bei den Kölnerinnen. Und hätte es beinahe geklingelt. So, jetzt schauen wir noch mal. Hier kommt sie. Da stößt sie zusammen mit Rinas. Und das Missverständnis, da fällt Achstinska der Ball auf den Fuß, war eigentlich Mann und Klett schon bereit. Also kein Foul hier. Das ist alles ein unglücklicher Zufall gewesen. Schüller kommt da von der Seite hinten und stößt da mit Rinas zusammen. Und hier nochmal die unfreiwillige Vorlage. Das war die Keeperin selbst, Mann und Klett, die da nicht rechtzeitig runterkommt. Aber Schüller ist zum Glück beim Bewusstsein. Wir haben ja vorhin im Studio auch über sie gesprochen. Die vielen Tore für die Nationalmannschaft haben ja gut getan. Sascha Glas, der Chefcoach, hat sich schon einiges vorgenommen für diese Begegnung. Will auf keinen Fall schnell klein beigeben. Und man sieht, wie eng die Kölnerinnen da stehen in der Anfangsphase. Ja, voll vom Flug her. Nächste Standardsituation. Schüller ist wieder zurück, wenn ich es richtig sehe. Sechs Spielerinnen da im Sechzehner. Er kommt sehr direkt vor das Tor. Das war schon eine Möglichkeit. Vor Lea Schüller. Aber ich glaube, da hat sie auch immer noch diesen Zusammenprall nicht ganz überwunden gehabt. Da kommt sie eigentlich ziemlich frei zum Kopfball, zur Verlängerung hier. Löst sich gut. Das war eine Riesentorchance. Anoukletti, die sich beim Spiel in München damals auch, als sie noch bei Sand agierte, Mittelhand gebrochen hat, längere Verletzungen hatte als Nummer 1. Die Mannschaft hatte das natürlich richtig wehgetan. Schnell ausgeführt, die wilde Künstlerin am Ball, glasaufmerksam. Das muss die Kapitänin hier erledigen. Und Rachel Rinast, die nach Israel gegangen war aus Freiburg vor geraumer Zeit, da in Tel Aviv Meister wurde, Pokalsieger wurde, dann zu Köln zurückkam, um den Aufstieg zu schaffen. Eben 2.19. Und das ist einer der besten Verteidiger überhaupt, die es gibt in der Bundesliga mit Hammer Glas. In Slowenien haben sie gespielt, die Schwedinnen, und gegen Georgien, da hat sie nicht mitgespielt, gegen Georgien, kommen sie nicht zum Einsatz, in Slowenien schon. Da war ja überall WM-Qualifikation vor eineinhalb Wochen. Bernd Steinle mit Platz. Und links kommt eben Gwynn mit, Müller-Priesen. Bislang steht Kutzenik immer richtig, aber es ist auch noch zu ungenau, was die Münchnerin das Spiel nach vorne. So, das in den 16er-Reihen, die einzige Chance war eigentlich die von Lea Schüller bislang. Zehn Minuten vorbei. Der Meister muss weiter geduldig bleiben. Abstand ist gut. Deswegen muss hier Gwynn tief gehen, um dann vielleicht auch einen Tempo-Vorteil auszustielen. Er verteidigt sich selbst versucht, seinen Einwurf rauszuholen, aber das war eine klare Sache. Maxi Rall heute auch mit dabei, von Anfang an. Nächste Aktion von Pumagai. Jetzt kriegen sie das Foul. Dann wird es erstmal ein bisschen lauter. Ich habe gerade die Mitteilung bekommen von Nicole Bender, Sportlin, Leiterin der 1. FC Köln. Da gibt es gleich eine Schnapszahl. 1111 Zuschauer und Zuschauerinnen sind hier mit dabei. Und erleben hier die erste Standardsituation für die Kölnerin nach diesem Foul an Sharon Beck. Linderreicht, Linderreicht! Da ist sie die künstliche Nationalspielerin. Zweiter Ball geht an Bernstein. Kuznig ist mit dabei und holt sich hier die gelbe Karte ab. Das ist eben all ihre Erfahrung, die sie da mit reinwerfen kann in diesen Zweikampf. Die weiß genau, Bernstein ist eine der schnellsten Spielerinnen auf dem Platz schlechthin. Sascha Glas hat gesagt, Topform, körperlich super in Schuss. Der über 200 Bundesliga-Spiele schon gemacht hat. 35 Jahre geworden. Vor eineinhalb Monaten. Heute Ligaspiel 272. Savistowska gegen Glas. Da kommt auch Maxi Rall mit dazu, die heute also von Anfang an spielen kann. Das ist ein unheimlich tiefer Kader bei den Münchnerinnen, bei denen Hegering und Simon verletzt fehlen in der Abwehr, im Abwehrbereich. Deswegen also die Außenposition anders besetzt, zumindest die linke Außenposition mit Gwin. Und da haben wir Julia Gwin. Jetzt ist rechts ganz viel Platz. Rall ist da frei. Die ist auch enorm schnell. Ah, da spielt sie zu spät. Das hätte sie ein bisschen besser lösen können, aber ist ja noch nicht vorbei. Ja, also hat sie verpennt hier die Möglichkeit, rechts Maxi Rall einzusetzen. Hat sie nicht gesehen oder sich nicht getraut, den Pass da rechts rauszuspielen. Hier sind wir schon zu spät dran mit dieser Zeitlupe. Viertelstunde durch und der FC Köln macht das gut. Macht das Spiel sehr eng. Noch wenig Impulse nach vorne setzen können. Bec, katastrophaler Fehlpass auf Dallmann. Schüller und Klett kann das Ding nicht festhalten. Und Maxi Rall kommt zu spät, aber ist noch nicht vorbei. Glas macht ein bisschen nervösen Eindruck an und Klett, muss ich sagen, in dieser Anfangsphase. Vorhin schon, als hier der Ball auf den Fuß gefallen ist. Nächstes heftiges Einsteigen. Diesmal von Adriana Achtschinska, die aufgrund des Scouting-Systems, das ist ja mittlerweile Fulltime beim FC, geholt wurde aus Lodz. Hatte sich verletzt in der Vorbereitungszeit auf diese Saison, wurde dann fit für die Länderspiele der Polinnen. Die Kölnerin ja auch im DFB-Pokal weiter gegen Bielefeld, die Bayern gegen Elversberg, das war standesgemäß. Aber solche Fehler, wie der gerade von Sharon Beck, der darf natürlich nicht passieren, das war eine Einladung für Linda Dallmann. Achtschinska im Zweikampf mit Magul. Schiller. 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 die zu einer der besten in europa gehört das muss man so sagen nächste woche champions league benfica lissabon ist da gegner am dienstag montag die reise dorthin von münchen weg zu einem gegner der sich geschont hat im letzten ligaspiel gegen sporting maxi rahl hat schon auch bedauert dass sie verlassen hat aber gesagt das ist halt normal nochmal der nächste schritt nochmal eine etage höher und als nationalspielerin tut es natürlich auch gut wenn du international mit sicherheit dabei bis bei der champions league und vielleicht auch noch mal eine andere längerfristige perspektive siehst der band also gebrochen dahlmann wieder auf rahl die sehr aktiv ist können rinne braun jetzt langsam mal entlastung wie das dort mit bernstein die eben noch letzte woche bei der länderspielpause gegeneinander gespielt haben bank hat bislang beschäftigungslos ein standard hat es gegeben für köln wo es mal ein bisschen gefährlich wurde ein paar der münchnerinnen waren auch in der allianz arena unter der woche haben sich das champions league spiel angeschaut gegen dinamo kiev und robert lewandowski et cetera zugejubelt kommt immer wieder vor natürlich dass man da in der allianz arena die männer sich anschaut und das ist julia quinn da hat manche will die natürlich probleme das wird ihr nicht so liegen der manche will die dass sie hier so viel mit quinn mitarbeiten muss nach hinten manche will die ja doch eine die auch vorne ganz vorne spielen kann mit mendi islaker zusammen heute ist sie eher zurückgezogen worden um auch das spiel nach vorne anzukurbeln bei den umschaltsituationen aber bislang muss sie eher nach hinten versuchen sie hier in schach zu halten julia quinn sehr lauffreudig in der anfangsphase und klett wieder unsicher und 20 das ist das was ich meine die man macht keinen guten eindruck und es ist sakhi kumagai die hier trifft und sehr früh die weichen auf den auswerks sieg stellt aber klar geht hier noch mal der blick auf mann und klett ich will immer länger tut mir leid für sie wirklich da kann auch wieder priesen nichts mehr machen faustet sich das ding fast selber ins tor es ist ja auch nicht so leicht mit so einer maske zu spielen nach dem nasenbeinbruch als torhüterin wir kennen das ja häufig von feldspielern und feldspielerinnen und sie hat von anfang an hier finde ich nicht ganz so den eindruck gemacht dass sie alles im griff hätte top torhüterin also riesentalent sascha glas wollte sie unbedingt das schon in gütersloh gespielt davor in wolfsburg wurde in sand dann die nummer eins zusammen mit charlie voll und hat nach ihrer verletzung also dann den weg nach köln gesucht und gefunden sich mit elvira herzog derzeit den zweikampf liefert um den platz zwischen dem pfosten alles natürlich unglücklich für köln beide male konnten sie einen ball nicht klären der frei und klar war und sofort nutzt das eben der mannschaft aus wie der fc bayern das ist klar dass die meisterinnen sich solche möglichkeiten nicht nehmen lassen und da schauen sie mal unten gewinnt marschiert schon wieder wilde ist nur in der rückwärtsbewegung wieslack hat noch glaube ich gar keinen ball so richtig unter kontrolle bekommen können wurde nicht gefunden bislang doch eine erfolgreiche zeit bei bayern gehabt natürlich auch davor bei frankfurt das ist auch eben das was sarah sadrasil auszeichnet dass sie dann die ruhe reinbringen kann es den ball verteilen kann auch gut abschirmt das ist im technischen bereich sehr weit fortgeschritten ist die österreicherin die österreicher haben auch sehr erfolgreich gespielt in der quali gegen lettland und nordmazedonien allerdings dankbare gegnerinnen das war mal wieder so ein diagonal ball von kumagai bernstein mit problemen so und dann wird natürlich sharon beck gesucht die hat auch alle qualitäten um die bälle abzuschirmen aber mehr als einwürfe rauszuholen gelingen ihr bislang gelingt ihr bislang nicht in der vorwärtsbewegung manche wilde jurastudentin ex essnerin und auch freiburg natürlich wo sie die dj war musik aufgelegt hat für die mannschaft eine der neu zugänge eben bei köln weswegen man dann sagt dass das kein normaler aufsteiger ist mit diesem team mit mores die in holland erste liga gespielt hat mehrere jahre dann auch eben ein jahr letztes jahr in sand richtig gut sich präsentiert hat beim abstiegskampf und abstiegskampf wollen sie hier natürlich nicht haben das anfangs programm ist nicht so positiv für köln der punkt gegen essen hat gut getan die niederlage gegen hoffenheim war sehr sehr knapp da waren sie euphorisch und wurden dann in frankfurt auf dem boden der tatsachen zurückgeholt also da merkt man auch die schwankungen die der erste fc köln durchlebt in der anfangsphase dieser aufstiegssaison schöner ja sollte eigentlich sofort gedoppelt werden damit er nicht geflankt werden kann bergstein und der zeigte zwei ihr könnt aber das muss das 3 0 sein und so ist es auch und da steht wieder maxi rahl entschuldigt sich fast dass sie das tor macht sagt das war nicht besonders aber ausgangspunkt war da draußen wieder der einwurf schüler wird nicht gedoppelt und dann verschätzt sich auch müller priesen ein bisschen der ball wird immer länger diesmal eine tolle parade von mann und klett aber dann ist sie machtlos beim nachschuss da sehen wir es noch müller priesen kommt nicht mehr hin dann gut weg schaufelt von mann und klett aber nicht weit genug 3 0 und damit steigt das torverhältnis von bayern auf 18 zu 0 in dieser saison das ist natürlich für die münchnerinnen sehr angenehm bei diesem programm was ihnen bevorsteht mit der reise nach lissabon anfang nächster woche hier so früh eigentlich schon alles klar gemacht zu haben kamen erst heute in köln an am spieltag selbst her geflogen leichtes training gehabt heute spaziergang am späteren nachmittag und dann ging es hierher ins franz kremer stadion wo es ruhig geworden ist mann und klett hat schon drei dinge kassiert und jeder angriff ist jetzt effektiv von den bayern bernstein chance für quinn kriegt sie nicht ganz ins lange eck gezogen hier kommt also heute ihre chance in der anfangs elf weil caroline simon nicht fit ist und zeigt wozu sie in der lage ist auf der linken seite warum sie newcomerin auch der weltmeisterschaft damals war kammerin der bundesliga 2018 gab im november 2017 ihr debüt der nationalmannschaft dieses trikot hat sie sich damals ins zimmer gehängt eingerahmt weiß nicht ob es heute noch immer denkt gut möglich so wann kriegt köln eigentlich mal den ball unter kontrolle das ist jetzt schon eine zentrale frage es läuft gerade zu leicht für das team von jens scheuer aus kölner sicht flugger islaka und das ist abseits da sind schon ein paar fans bereit hier betrieb zu machen wenn es da mal richtung tor von laura benkert geht bilder und samizowska haben jetzt die seite getauscht also da reagiert sascha glas glaube ich auch auf den sturmlauf von julia wind auf der linken seite aber jetzt erst mal bernstein jetzt wird sie gedoppelt gegen müller priester kurz nicht das ist der plan dass da eben sofort zwei auf die außenspielerin draufgehen wieder weg da haben wir sie jetzt also auf der rechten seite war der st fc köln nicht der einzige verein übrigens der die polen da ausleihen wollte von bayern und die haben auch ihre fans hierher mitgebracht wie gesagt über 1000 fans also das ist ein richtig gutes ergebnis hier mit 1100 fans 1100 zuschauerinnen und zuschauern im franz krämer stadion und das obwohl ja dann in der knappen stunde rund 40.000 erwartet werden beim ersten fc köln gegen gold der vierte in der bundesliga bei den herren das ist einfach so schnell sie sind oft den tic gedankenschneller am ball da müssen die kölnerinnen so viel hinterherlaufen und können fast nur reagieren jetzt wieder die seitenverlagerung um das ganze gerüst der kölnerinnen zu destabilisieren gaschinska lässt bisher aus der zentralen position wenig zu wenn man sieht wie die tore gefallen sind das aus standards einwürfen und dem anderen ruhen den ball back jetzt mal aus der zentrale wilde und gewinnt ist überall gut gedacht von maxi rein schüler gut abtropfen lassen kommt die schuss chance das ist richtig guter schuss lena magul hat da abgezogen die spielführerin hat nicht viel gefehlt die nachführerin von melanie leupold mit der kapitänsbinde lässt sich da auch nicht von islacher stören und da sehen wir wie knapp also ich glaube dass der ball auch noch ein bisschen mit der latte geflirtet hat da oben toller fernschuss so wilde jetzt wieder auf der seite drüben kann dieses wirbeln von julia quinn auf der linken seite mal unterbinden dann war mit glas dann ist auch schon wieder unterwegs aber jetzt zu zentral jetzt merkt sich selber geht außen macht platz für bernstein der mitte müller briesen dazwischen ral schüler vorsicht aufs fall für diese position hat die haben die münchenerinnen einige spielerinnen in dem kader dalmann ja es immer unübliche torschützenden bei münchenerinnen mit ihr hier mit kummergay und zweimal maxi ral fauler glas also jetzt wieder auf der angestammten linken seite zavistowska aber wir haben doch ein relativ monotones bild was wir hier erleben von dieser partie die bayern mit gefühlt 80 prozent ballbesitz lassen überhaupt nichts zu nach hinten halten den ball gut unter kontrolle und haben jetzt erstmal auf den geduldsmodus umgestellt sadasil mit glas gegen rinast die ist im eins gegen eins ganz stark hat auch einen schweizer pass das wusste sie übrigens gar nicht in der schweiz dass sie auch diesen pass hat vater ist deutscher der schweiz wm und em schon gespielt nächste möglichkeit von ral jetzt kann sie ihn festhalten mann und kletz tut er sicherlich gut aber auch da kommen wieder die münchen an den kopfball ral gegen zwei sprungverhalten timing in der defensive bei der ein oder anderen hereingabe bislang nicht optimal in der kölner defensive jetzt drücken sie ein bisschen höher drauf mit beck und islacker und hier unten an der pflugel schauen wir ob die münchnerinnen das irgendwie durch kombinieren können ja schon ist der raum da das ist das problem wenn sie so hoch pressen lange kann man gulder den ball führen ral ist durch auf glas jetzt müssen sie nach links schieben die abwehr das ist die stürme spitze die muss hier circa 30 meter vom eigenen tor der gegner den ball vom fuß spitzeln hatte eine ganz unangenehme rippenprellung man die islacker war auch nicht ganz klar wann sie wieder fit wird aber doch faul hier von kumak ein bisschen spät entschieden von sinne diekmann da noch mal die aktion von islacker viel risiko gegen ihre ehemaligen teamkollegen bayern rinast beim freistoß hochmusikalisch spielt die geige war bei jugend musiziert auch dabei und hat das gewonnen früher als jugendliche also die hat mehrere talente als nur fußball da ist niemand mehr das haben sich die kölnerin sicherlich anders vorgestellt aber man muss auch sagen das problem gegen frankfurt waren individuelle fehler und auch heute ist das bei zwei gegentoren der fall gewesen gut gearbeitet von sharon beck fluger kleber zu ende gespielt aber es war das erste mal seit langem das ja auch mal wirklich sieben spielerinnen von köln in der gegnerischen hälfte waren sie kamen bislang kaum dazu wenig luft zum atmen in der defensive bei den gastgeberinnen die bayern haben das hier komplett im griff haben auch zum richtigen zeitpunkt tore gemacht gegen eine zunächst verunsicherte kölner abwehr wieder wird bernstein gesucht gegen im zweikampf die 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 Ja, ein bisschen Positionsdeuterei bei Jens Scheuer, der natürlich auch weiß, das Ding ist hier eigentlich durch. Aber es wird auch nicht darum gehen, sich hier irgendwie zu schonen. Auch das Torverhältnis kann ja eine große Rolle spielen in der Endabrechnung. Das haben wir immer wieder erlebt in der Frauenbundesliga in den letzten Jahren. Mitte November das Duell zwischen den beiden Titelfavoritinnen aus München und Wolfsburg. Bislang haben sich hier beide schadlos gehalten, auch die Frankfurterinnen. Darf man auch nicht vergessen, auch wenn die jetzt nicht mit dem Meistertitel unbedingt spekulieren, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber die haben ihre Anfangsprogramme gut erledigt. Ist ein bisschen ruhiger geworden jetzt, Gwyn und Bernstein. Ja, eine Körpertäuschung reicht. Bersin gegen Kuznik. Holländerin, der auch nicht immer in der Startformation gewesen in diesem Jahr. Mann und Klett ohne Probleme gegen die Vizeweltmeisterin von 2019. Ja, und das ist natürlich nichts, so ein langer Ball. Aber das ist auch Ausdruck dessen, dass hier eben die Münchnerinnen Druck machen auf die Abwehr. Und wieder Schüller mit einer guten Bewegung. Klett ist warm geschossen. Aber wie leicht ging das hier wieder von Lea Schüller, die sie nach dem Zusammenprall hier gut erholt hat. Lässt er kurz nicht stehen. Mit einer Körpertäuschung. Die Torschützen-Listen-Führende in der Fly-Alarm-Bundesliga nach drei Spieltagen mit vier Treffern. So, Vorsicht, Standards. Müller-Priesen ist da auch mit dabei, um eben Kopfball-Abwehrtechnisch gut dabei zu sein. Den hat Wilde nicht unter Kontrolle gebracht. Und ich glaube, das war der erste Fehlpass im Offensivspiel der Münchnerinnen. Klett ist eine Reaktion schnell. Sowohl hier als auch danach bei der Ecke. Ja, war nicht schlimm, sagt Rachel Rienast. Bislang alles fair, alles in Ordnung. In dieser Partie keine heftigen Zweikämpfe. Aber der nächste Standard. Wieder aus einer Situation, die den Kölnern nicht schmecken wird. Magul, diese so selbstbewusste Mittelfeldspielerin, die es unter ihren Scheu eben auch bekommt, diese Freiheiten im Spiel, die sie braucht. Mit dem nächsten Standard. Er kommt gut rein. Den Klett diesmal auf der Hut, aber Dallmann hat das Köpfchen zum 4-0. Aber die Bälle fallen natürlich auch wirklich optimal für die Bayern. Und da muss ich selber schmunzeln über ihr Tor. Jetzt kriegen sie mal den Standard verteidigt. Und dann ist der zweite Ball auf Dallmann hier. Klepp mit einer guten Aktion. Und da ist ein paar Schritte vor Mandy Islacker da am Ball. Das ist natürlich auch unglücklich, so ein Gegentreffer für die Kölnerin. Jetzt werden sie unkonzentriert. Vielleicht auch schon müde, nachdem sie hier eine Dreiviertelstunde hinterher gelaufen sind. Der fünfte Treffer droht. Wilde dazwischen. Sehr viel Laufarbeit, besonders nach hinten. Mehr als sie sich wahrscheinlich vorgestellt hat, Manchu Wilde. Die mal Einlaufkind war bei Werder Bremen, als noch Ailton gespielt hat. Das sind tolle Erinnerungen. Davon träumt Werder Bremen auch, glaube ich. Bisschen Nachspielzeit muss es geben, nach dieser Verletzungspause von Lea Schüller. Und hier Kopfverletzung, deswegen Unterbrechung. Völlig richtig von Sina Diekmann. Eine Minute gibt es obendrauf. Oh, das tut richtig weh, wenn ich da das Zittern richtig deute. Adriana Achczynska mit Schüller. Gilt als eines der größten Defensivtalente in Polen, die 19-Jährige, die aus Lodz gekommen war. Na, und die haben sich vielleicht ein bisschen mehr Unterhaltung gewünscht, die positiver ausfällt für sein Team. Für die Mannschaft von Sascha Glas. Aber man muss sagen, sie sind hier wirklich unterlegen, sodass man auch das 0 zu 4 unterschreiben kann. Drei-Tor-Rückstand hätte ich jetzt als angemessen empfunden, wenn man diese erste Hälfte nochmal Revue passieren lässt. Applaus So, die Münchnerinnen hatten den Ball, deswegen wird sie natürlich den Schiedsrichterball geben. Sina Diekmann sagt Abstand. Und jetzt werden wir also noch eine Minute haben, schätze ich mal. Dreiviertel der Minute, denn die Verletzung passiert ja direkt mit Ablauf der 45 Minuten. Kummergay nochmal. Köln nur zu Zehnt. Manja Pfluger schirmt ja den Ball gut ab. Foul von Maxi Rahl. Und dann wird es nicht mehr lang gehen in dieser ersten Hälfte. In der die Kölnerinnen gut mitgehalten haben. 10, 15 Minuten lang, aber dann nach dem 0 zu 1 da ging es schon sehr, sehr schnell in Richtung hoher Rückstand. Sie ist wieder zurück, Achtschinska. Und wie? Kommen sie vielleicht nochmal zu einer Schusschance. Wieder Achtschinska da. Die ist im Zweikampf sehr präsent, sehr heftig. Konnte aber mit ihrer Defensive nicht viel ausrichten gegen die Münchner Angriffsreihe. Ein 0 zu 4 steht auf dem Zettel. Und man muss sehr ehrlich sein, das ist absolut verdient. Der FC Bayern ist klar besser, hat die Zweikämpfe gewonnen und ist auch von einer nervösen Defensive der Kölnerinnen unterstützt worden. Das soll es also erstmal gewesen sein hier. Live aus dem Franz-Krämer-Stadion in Köln die Doppeltorschützin Maxi Rall, Kumagai und dann noch Dallmann. Das sind die drei, die getroffen haben zu dieser Halbzeitführung. Wir machen eine kurze Pause und dann meldet sich Anna Kraft wieder aus dem Studio. Ja, also seit ein paar Minuten läuft hier im Franz-Krämer-Stadion das Lied Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Ich würde mal sagen, die Frage hier lautet eher, wie soll das noch enden? Wer schießt das nächste Tor? Denn das war wirklich eine erste Hälfte zum Vergessen. Besonders die Zeit nach der ersten Viertelstunde. Und Eunice Beckmann kommt jetzt anscheinend. Na, die hat auch eine FC Bayern Vergangenheit. Die hat drunter Thomas Wörle gespielt, damals beim FC Bayern im Grünwalder-Stadion und in Aschheim, als es ja noch hin und her ging für die Münchnerinnen. Mittlerweile spielen die ja auf dem FC Bayern Campus bloß noch. Also Eunice Beckmann kommt jetzt rein in der zweiten Hälfte. Mandy Islacker ist noch auf dem Feld. Ich schaue mal, wen Sascha Klaas rausgenommen hat. Ich glaube, es ist Andja Pfluger, die hier also nicht mehr weiter agieren darf. Und Eunice Beckmann kommt rein. Eine, die in der Offensive für Betrieb sorgen kann. Da war sie erst mal in seinem Ball im Zweikampf mit Maxi Ralf. Da kriegen wir es noch mal bestätigt in der Einblendung. Auch Beckmann, ein Teil des Fünf-Jahres-Plans des ersten FC Köln. der sehr ehrgeizig aufgestellt ist. Beck mit einer Möglichkeit vielleicht. Das war der erste Hauch eines Torschusses. Ja, Fünf-Jahres-Bahn, ich habe es gesagt, sie wollen nicht mehr absteigen, ist klar. Jetzt erst mal konsolidieren in der Liga. Und logisch wissen auch die Kölnerinnen, dass sie gegen Bayern verlieren können, dass es jetzt auch kein Beinbruch ist, das wird vielen Mannschaften in der Liga noch so gehen. Aber es kommt schon auch entscheidend darauf an, nicht nur wie hoch, sondern auch in welcher Art und Weise Mann verliert. Und das war jetzt, ich sage mal, eine Viertelstunde lang in der ersten Hälfte zu einfach für die Roten. Das wird auch Sascha Glas nicht gefallen haben. Der hat hier eine Fünferkette hinten aufgestellt mit einer Viererkette davor und Islacher als einzige Spitze. hat er mit dem SC Sand auch Teilerfolge gegen den FC Bayern. Sascha Glas zweimal unentschieden gespielt damals, als der Trainer dort war. Und das mit der Fünferkette hat sich natürlich nur auf diese Situation gerade bezogen, als Sharon Beck mit nach hinten ging. Das wird sicherlich nicht das konstante Abwehrmodell. der Aufsteigerin. Kurz Nick. Die in manchen Datenbanken noch als Niedgen geführt wird, ist aber falsch. Jetzt ziehen sie sich wieder weit zurück. Dallmann, so eine tolle Ballbehandlung immer wieder schön zu sehen. Das ist auch eine coole Achse, muss ich sagen. Glas und Rall. Dann gibt es ja noch eine Sophia Jakobson, die da reinkommen könnte. Auf der rechten Seite als Sturm. Auf der linken Vivian Assay. Also auch das ist eine Option. Die Französin, die in der Nationalmannschaft auch unterwegs war. Die Französin haben 10 zu 0 gewonnen gegen Griechenland. Schoss ihr auf ein Tor. Also da sind sie auf den Außenbahnern noch super besetzt. Für die Mitte wäre dann eine Damjanovic noch eine Option, die im Pokal so überzeugte. Endlich wieder fit geworden ist nach ihrer langen Verletzungszeit. Hatte sich auch noch eine Sehne verletzt neben der Achillessehne. Also eine ganz seltene Verletzung, die sich Damjanovic dazugezogen hatte nach ihrem Kreuzbandriss. Das hat ihr weitere Wochen gekostet. Sie ist wieder fit und einsatzbereit. Vielleicht kriegt sie heute noch ein paar Minuten hier bei diesem Auswärtsspiel. Und sie bleiben hoch drauf am 16er. Das ist schon gnadenlos, wie die Münchnerinnen hier spielen. Hat einen hohen Besuch. Vorgestern Julian Nagelsmann hat vorbeigeschaut am FC Bayern Campus und hat sich fast das komplette Training angeschaut. Auch mit Jens Scheuer und mit Karin Danner, der Managerin, gesprochen. Sich einiges zeigen und erklären lassen. Also auch Nagelsmann ist ein Fan des Frauenfußballs. War er schon bei seinen vorherigen Stationen und würde auch in München hier so weiterführen. Und das war auch kein Zufallsbesuch, sondern das war wirklich geplant und echtes Interesse vom neuen Chefcoach bei den FC Bayern Mellern. in München. Weiter, weiter, weiter! Ach, Czinska! Gut gesehen, Sharon Beck mit Islaka zusammen. Die kann aus 30 Metern schießen. Oh, in der Mitte hat Glas die Kölnerin erwischt. Diekmann lässt weiterlaufen. Magul wäre in Position gewesen. Schöner, schöner Haken. Immer noch liegt die Kölnerin vorne. Jetzt wird es dann doch mal Zeit zu unterbrechen. Sabistowska ist es, glaube ich. Ja, da ist sie im Bild. Hanna Glas ist hier da irgendwie an den Fuß gekommen bei dieser Aktion vorher, als sie angespielt werden sollte. Einige Zuschauer fordern da lautstark, dass das gepfiffen werden muss. auch wenn die Islaka hat sie noch mal erkundigt bei der Polin. Und ja auch Jens Scheuer einiges hält, der aber sagt, die muss sich erst mal gewöhnen an die Bundesliga und da ist dieses Leihgeschäft mit dem 1. FC Köln genau richtig. Jens Scheuer und da ist die 1. FC Köln und da ist ich ist 1. FC Köln 1. FC Köln 2. FC Köln und da ist 1. FC Köln Das war ein sehr direkter Versuch auf Lea Schüller. Noch keine Torchance für den FC Bayern in der zweiten Hälfte, aber das war in der ersten ja auch so in der Anfangsphase, haben die Kölner das eigentlich gut gemacht, eine Viertelstunde lang. Dann hat sich irgendwie so der Fehlerteufel eingeschlichen in der Kölner Defensive und Savistowska ist wieder fit. Kein Foul von Sadrasil und auch keine Ecke. Jetzt kommt auch die offizielle Bestätigung, 1111 Zuschauerinnen und Zuschauer sind da und es hätten noch mehr werden können, würde der FC nicht gleichzeitig auch im männlichen Bundesliga-Bereich gleichzeitig Spiel haben. Das ist schon ärgerlich, diese Parallelansetzung, das hatten auch die Münchnerinnen gegen Freiburg als FC Bayern-Männermannschaft in der Allianz Arena parallel spielte. Bei der letzten Abendansetzung, die wir hatten. Klasse, Rallel macht wieder Platz. Da stimmt vielleicht noch nicht der ein oder andere Laufweg bei Max Hiral. Aus meiner Sicht in dieser Begegnung zieht sie manchmal zu früh nach innen. Das ist nicht schlecht auf Bernstein. Aber fast jeder zweite Ball gehört dann gleich wieder den Münchnerinnen. Da ist es schwer für die Kölnerinnen Luft zu holen und für Entlastung zu sorgen. Kurz nickt dazwischen. Dazwischen! Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, kein Durchkommen, Hannah Glas lässt gar niemanden vorbei da auf der rechten Außenbahn. Das taktische Konzept von Sascha Glas hat sich nicht groß verändert, diese vorgezogene Spitze mit Mandy Islacker und dann immer wieder eine der Spielerinnen, die sie unterstützen soll. Jetzt war es gerade Achtschinska, dann ist es manchmal Wilde, manchmal ist es Beck. Beckmann bleibt auf der rechten Außenbahn im Mittelfeld. Nach ihrer Einwechslung bislang noch ohne großen Aktionsradius. Zwei Ungenauigkeiten in der Anfangsphase hier von den Münchnerinnen. Jens Scheuer wird schon überlegen, wen er als nächstes bringen könnte. Ja, ist unzufrieden. Das war jetzt unpräzise gespielt, zweimal. Islacker mit Wilde. Magul stoppt den Vorwärtsdrang. Gestern nochmal ein Training 11 gegen 11 gemacht. Die Kölnerinnen, die ja nur 19 Spielerinnen zur Verfügung haben insgesamt, da haben sie noch welche draufgezogen. Und dann haben sie schon einige auch empfehlen wollen, hat Sascha Glas gesagt, für dieses Match heute, das ein Highlight-Spiel ist für Köln. Also sie wollten sich sicherlich besser verkaufen, als sie das getan haben hier in der ersten Hälfte in dieser Phase seit der 17. Minute. In der Abwehr fehlt noch eine Ioannidou, die ist ja auch sehr erfahren, aber die kommt nicht so richtig auf die Beine. Nach ihrem Wechsel hierher nach Köln. Draußen sitzt auch noch eine Sabrina Horvath und eine Francesca Carlo. Also es sind alles eigentlich gute Akteurinnen. Beckmann. Aber nicht schlechter Schuss von Magul. Diesmal mit links. Quinn hatte durchgelassen und hatte Lina Magul diese Position überlassen. Aber da wäre Mann und Klett schon da gewesen. Gute Weiterleitung von Rhinast. Kommt eher an den Ball als Klaas. Da ist mal eine Torchance. Eventuell. Beckmann lauerte. Da war mal so ein Gefühl von Aufregung. Und schon ist das Publikum da. Ist dankbar. Rhinast. In einer schönen Flanke. Aber da ist halt die Strafraumbesetzung eher minimalistisch ausgelegt. Das war dann auch noch mit dabei. Die Strafraumbesetzung noch mit dabei. Wilde war da noch mit dabei. Das war ein Fahne. bernstein immer wieder setzt sich durch wird gefault schön lässt dann den ball auch extra so ein bisschen weg tropfen damit die bayern den freistoß kriegen war clever gemacht von lea schiller kölnerinnen monieren das auch bernstein wird hier gleich gezupft von wilde das ist ein klares foul und dann hat schiller eigentlich die kontrolle über den ball unangenehme freistoß position so beckmann ganz außen in der mauer auf der rechten seite ist die ansage von mann und klett julia win das wäre doch was gleich fünf bayern spielerinnen auch noch vorm fünfer der kommt durch hat klett überhaupt nicht gesehen aber da kommen sie noch mal davon also die viertelstunde hält die null in der zweiten hälfte hilft der posten dass da nicht mehr passiert da hatte klett überhaupt keine chance sicht verdeckt und das ding zischt dann hier vorbei steht sie aber auch nicht so weit rechts auf der linie voll von sadrasil und veronika zawistowska ist unheimlich agil bemüht sich unwahrscheinlich auch immer wieder nach vorne akzente zu setzen beckmann zum ersten mal in der offensive angespielt wikos dort hier so die kann weit werfen also das wissen wir rachel rinast traut sich beck ist natürlich frei wäre eine möglichkeit gewesen aber nicht also vielleicht gegen jetzt eine torchance morris so wird es nichts mit der torchance das war zu ängstlich gespielt da hätten sie wirklich den einwurf von renas besser nutzen müssen auch auf der münchner seite und somit wird das ganze etwas ausgeglichener mit der bristen champions league sie werden damals noch geworden mit frankfurt so viel erfahrung hat die auch morris und dann trifft sie auch noch eine kölnerin mit mirti morris nachdem sie den ball abgespielt hat aber die kriegt gelb dafür hat sich da in den weg gestellt und dann trifft sie auch noch eine kölnerin mit mirti morris schmerzhafter unter dem knie schienbeinbereich aber auch das wird jens scheuer sicherlich kritisieren jetzt kommt jakobsson für hannah glas glas hat gar nichts zugelassen rechts hinten und jetzt kann ich mir gut vorstellen dass maxi ral nach hinten rutschen wird und jakobsson deren position einnehmen wird hier haben wir die beiden nur vier frauen in der mauer also das wäre jetzt eins mit ansage eigentlich das ist so eine optimale position für lena margul für lena margul links ist ein kleiner auflauf aber die wird direkt abziehen also kann ich mir gar nichts vorstellen naja dick höher als der schuss in der ersten hälfte die drücken ganz stark vorne drauf auf die abwehr back hat die technik dazu sie ist eine die mit viel viel gefühl im fuß ausgestattet ist so viel fehlpässe da haut sogar die schiedsrichterin um mit die mann mal kurz bodenkontakt aufgenommen schüller übt druck aus auf morris also die waren gerade im spielaufbau die kölnerinnen müssen jetzt hintenrum aufpassen dass sie die kugel nicht gleich verlieren dass sie die kugel nicht gleich verlieren also jetzt auch eine gelbe für die kölnerinnen war sie in der ersten hälfte schon gelb jetzt die bayern mit lena margul kuznik war es in der ersten hälfte kuznik war es in der ersten hälfte schlechte annahme von zawistowska und das kann wehtun hier denn jetzt ist jakobsson komplett frei schüller kann da nicht mehr ganz rankommen sehr schnell gespielt von jakobsson hätte sogar schon noch mal gehen können ganz direkt das anspiel und die lassen können überhaupt nicht raus aus dem 16er schauen wir das an schütteln wieder unsauber angenommen von rinast trifft rall vorteil aber die liegt noch am boden also eigentlich müssten wir jetzt abpfeifen ist locker kriegt ihn noch mal japanische nationalspielerin ohne probleme 21 minuten gespielt 0 zu 0 wäre da nicht diese erste hälfte gewesen mit dem 0 4 im gesicht getroffen julia quinn von beckmann nicht gesehen von sila diekmann steht direkt daneben geholfen jetzt mal noch mal hier ganz klein ellbogen auch in die bache rein also das ist ein logischer Das ist ein ganz klarer Foul, verstehe ich gar nicht. Dass man das nicht abpfeift. Ist doch noch benommen. Also schon die dritte Spielerin heute, die da benommen, erst mal eine Pause nehmen muss. Zum Glück nichts weiter passiert, denke ich. Bei der Münchnerin. Sascha Glas auch immer wieder in Diskussion. Auf der anderen Seite Jens Scheuer. Da ist auch die sportliche Leitung. Vivian Arcey. Links haben wir Damjanovic, die macht sich auch bereit für ihren Einsatz im Sturm. Bianca rechts sehen wir jetzt nicht, die sportliche Leiterin. Ist aber auch hier mit vor Ort, hat auch eine schöne Geschichte zusammen mit Nicole Bender, der sportlichen Leitung. Auf der anderen Seite, die beiden sind befreundet, seitdem sie Teenagerinnen sind. Bianca Recher geheiratet vor ein paar Jahren. Da war auch Nicole Bender mit dabei. Und während der Flutkatastrophe eben in der Gegend um Bad Neuenahr. Da haben die beiden zusammengeholfen. Also das finde ich eine ganz tolle Aktion, die gar nicht genug medial gewürdigt wurde. Da sitzt Bianca Rechter auf dem Stuhl hier hinter Jens Scheuer. Sie damals dann auch eben im Bayern-Trikot und Nicole Bender mit Klamotten vom 1. FC Köln mitgeholfen bei Freunden und Verwandten in der Gegend, den Flutopfern. Und Damjanovic und Arcey kommen rein für Schüller und Magul. Magul, klar, das wird auch ein bisschen Schonzeit jetzt sein für sie. Gute Partie gespielt. Schüller ist jetzt etwas weniger im Einsatz gewesen in der 2. Hälfte. Am Montag geht es nach Lissabon. Und am Dienstag dann dort das 1. Champions-League-Spiel in der Gruppenphase gegen Benfica. Die Gruppe ist ja nicht so leicht mit Olympique Lyon und dem schwedischen Vertreter Hecken. Das ist ehemalige Göteborg. Da gab es ein paar finanzielle Probleme dort. Deswegen hat man den Verein dann umgesiedelt. Wobei Hecken auch ein Teil von Göteborg ist. Aber jetzt ist halt der Name ein anderer. Wann gibt es den echten ersten Torschuss für den FC? Jetzt vielleicht Rinas, die jetzt weiter nach vorn kommt. Und Maxi Raldi ist so schnell. Jetzt wird es giftig hier draußen. Die Zuschauer tragen auch noch ihren Teil dazu bei. Keine Anspielstation. Die richtig frei ist. Deswegen wird alles auf Kuznick jetzt abgeladen. Aber die kann heute nicht so viel beitragen zur Spieleröffnung, wie sich das vorstellt. Beckmann mit Asseille. Bernd Stein mit Asseille natürlich. Sorry, Beckmann dagegen hier mit der Elf. Aber das ist typisch hier. Also für das Aufbauspiel von Köln, die um an den eigenen Sechzehner dann herumspielen mit drei, vier Spielerinnen inklusive Mann und Klett. Aber dann nicht weiter wegkommen als 30 Meter vor das Tor. Dann ist der Ball schon wieder weg. Und das ist Dauerdruck auf der Kölner Abwehr. Noch halten sie den Stand in der zweiten Hälfte. Und das müsste Abschluss geben. Habe ich anders gesehen. Rinas gegen Jakobsson. Ansage von Mann und Klett deutlich zu hören. Younis vor. Also Beckmann. Und Manju will der an den Pfosten. Gwyn diesmal von der Seite. Er ist noch nicht weg. Kumagai kriegt das Ding nicht rein. Noch mal in die Gefahrenzone zurückgeköpft. Und dann ist das Tor da. Es ist ja nicht zu glauben. Die Abwehr von Köln ist ja total zerrupft worden hier. Ich glaube, Vigos Dottir war es. Aber das ist dann schon auch eine Offenbarung. Wie die Kölner Abwehr hier agiert hat. So, hier Kumagai, die da unter anderem Jakobsson anschießt. Und jetzt ist eigentlich alles vorbei. Und Rinas köpft das Ding wieder zurück in die Gefahrenzone. Und dann trifft Aschitzka die Kugel nicht. Da kommt alles zusammen. Und am Ende, glaube ich, kickt den Wildhauner auf den Ober... Hier. Priesen auf den Oberschenkel. 5 zu 0 für den FC Bayern. Und Rall ist schneller als Rinas. Vigos Dottir, wie der Torschütze, und hat die schon gegen Freiburg per Kopf getroffen. Und damit sind die 20 voll beim FC Bayern. 20 zu 0 Tore. In einem Spiel, das uns jetzt nicht vom Hocker haut, muss ich sagen. Weil natürlich hier der 1. FC Köln es den Münchnerinnen so schwer wie möglich macht und versucht, kompakt hinten zu stehen. Allerdings auf der anderen Seite keinerlei Entlastung hinbekommt. Und so sehen wir halt sehr viele Ballstafetten von den Münchnerinnen. Die es ein bisschen ruhiger angehen lassen in dieser zweiten Hälfte. Was die Torgefahr betrifft. Kölnerinnen hatten versucht, ein paar Konter zu landen. Sind aber nicht gefährlich vor das Tor gekommen. Jetzt Jakobsson. Oh! Sehr je. Kriegt da den Fuß rein. Klasse Körperbeherrschung von der Französin. Da gibt es ein Küsschen von der Vianovic. Und die wird heiß sein. Ja, auch noch einen Treffer hinzuzufügen. Da können sie Gift drauf nehmen. Und dann ist sie schneller dran als Kuznik, die, da habe ich das Gefühl, gar nicht auf den Ball schaut, sondern nur auf Assey. Und das ist schon fast in Memoriam Gerd Müller, dieses Tor von Vivian Assey. Gibt es jetzt wieder heftige 10 Minuten für den 1. FC Köln, wie in der 1. Hälfte, als zwischen der 18. und 28. gleich drei Treffer gefallen waren. Zabistowska, also zeigt schon immer wieder, der weiß talent sie hat okay sie versucht aber richtig gefährlich ist das natürlich auch nicht noch ist es keiner mannschaft gelungen dem fc bayern ein tor einzuschenken der kopf so ganz leicht gegen renas da zieht sie mittel links aber jetzt werden sie alle gierig ihr tor zu schießen karina wendiger darf auch noch ran kummer guy geht und carolina williams dotty wird glaube ich auch noch den spielbetrieb aufnehmen die österreicher als also hier die in verteidigung und linda dahlmann darf auch noch ein bisschen pause machen da kommt die zweite isländerin im team des fc bayern mit williams dotty und es wird sich nicht viel ändern glaube ich am charakter dieses spiels ganz im gegenteil die neun werden auch weiter versuchen hier in richtung zweistellig zu kommen wenn möglich so rinast marschiert jetzt immer wieder mit nach vorn das war ein abstiegskampf auch vor zwei jahren so der fall dass sie dann als sturmspitze mit eingesetzt wurde wenn es knapp wurde bei den hohen bällen eigentlich die linke außenverteidigerin die jetzt auch schon wieder zurückgeeilt ist tamjanovic und rinast ist schon wieder da jakobsson unermüdlich auf der rechten seite das kann sie machen das wäre es doppelpack gewesen für assay die eigentlich technisch das schon drauf hat rutscht er dann da über den spann das ist gefährlich das fall dazwischen von williams dotty ein paar kölner fans damit sieht die beiden die lederhosen ausgesungen das ist ein netter versuchen eine nette erinnerung an zeiten wo das noch möglich war als noch ein christoph daum vielleicht trainer war bei köln und sich mit jub heinkes und uli öhnes gebettelt hat aber ansonsten war da wenig lederhosen ausziehen schon gar nicht hier gegen die münchenerinnen die übrigens auch ein wiesentrikot im pokal getragen haben das oktoberfest ist ja wieder ausgefallen dieses jahr in münchen dennoch haben die münchener bei den münchener profi klubs bei einem doch 60 ein wiesentrikot entworfen in den letzten jahren und dieses jahr eben dann auch die fc bayern frauen mit dem sie dann im pokal erfolgreich waren jacobs dann hat den weg gesucht in den fünfer 80 minute bayern führt 6 0 zwei tore hier in der zweiten hälfte das war ein faul von müller priesen ich denke schon das war gestrecktes wein von der ehemaligen frankfurterin wurde für den fuhl vom fc bayern hier hergekommen ist die junge spielerin die rechts hinten ihre stammposition hat der ist gut der ist sehr gut fast das siebte schon so einen ähnlichen kopfball noch von lea schiller damals in der ersten hälfte jetzt von vigos dort hier gut eingelaufen ganz geschickt gemacht dann schauen sie mal hier das ist wahnsinnig schwierig da rauszukommen für köln das macht bayern schon gut und den gastgeberin schwinden jetzt schon langsam auch die kräfte bei der ein oder anderen damjanovic gegen morris jacobsson jetzt wird sie gedoppelt kommt trotzdem zur flanke ich bin nicht alle so mit so wie sich rinus das vorstellt die kölnerin versuchen ja auch talente zu entwickeln haben vier u17 top talente und haben dafür lena verpflichtet die verletzungsbedingt ihre karriere beenden musste als aktive spielerin die ehemalige nationalspielerin der auch eine münchner vergangenheit hat beim fc bayern so lange gespielt hat sie dann ihr knie immer wieder im stich gelassen hat sage ich mal die kreuzbandrisse so kurz hintereinander damals auch noch unter tom wörle und dann in freiburg sich wieder empfahl und nach köln wechseln wollte jetzt aber erst mal wilde das ist ja eine richtig gute situation savistowska kriegt ihr nicht mehr das wäre auch schwierig wenn du ein ganzes spiel nur nachläufst hinterherläufst und dann weiß jetzt habe ich mal eine kleine chance die kölner haben da die neue stelle top talent betreuung entworfen und lena lotsen hat das übernommen ist ja zusätzlich auch in der u16 in der frauenfußball nationalmannschaft beim dfb als co-trainerin mit dabei das finde ich auch sehr effektiven sehr wirkungsvollen umgang mit ehemaligen nationalspielerinnen wünscht man sich häufiger in zukunft auf seiten des dfb trotzdem hat nie für den fc spielen können aufgrund einer erneuten verletzung sich dann am ende der saison freiburg zugezogen hatte aber auch sie wurde hier von den vorzügen des vereins überzeugt und arbeitet deswegen hier mit kein faul von jakobsson damjanovic kriegt noch keine kugel da vorne savistowska und schon wieder ist schluss ganz geschickt williams dort erwartet schon gewinnen darf hier durchspielen heute kölnerin stehen jetzt sehr tief müssen ein bisschen rausrücken haben natürlich enorm respekt 06 ist schon hoch genug noch nicht so hoch wie werder bremen verloren hat gegen die fc gegen die fc bayern anfang der saison kein faul von bernstein ist locker dann ist halt auch schon wieder schluss köln in der zweiten hälfte darauf lässt sich dann schon aufbauen da standen sie etwas kompakter weniger zugelassen aber wenn man sich die gegentau dann eins zu eins eins für eins für eins mal anschaut nacheinander wird man schnell feststellen dass da schon auch einige individuelle fehler waren es lag es also nicht am system das lag schon daran dass sie etwas unsicher und konfus nervös auch waren in der abwehr das war schon faul doppelfaul hier schon davor klett und jetzt am nuller priessen schauen sie noch mal hier peterin ja klar den arm ausgefahren von assayi also denke ich hätte sie in der diegmann schon pfeifen können so jetzt kommt noch yuka hirano für manju wilde die letzten minuten hirano ja auch schon einige jahre mit dabei beim ersten fc köln und für sie also yuka hirano die hauptverantwortlich war für den aufstieg damals 2019 kann auf der 6 spielen und auf der 10 dauerläuferin in diesem jahr großen konkurrenzkampf auf ihrer position und weniger bislang noch wenig geprüft in der verteidigung lässt sich dazu leicht täuschen von jakobsson als werden die schritte aber etwas müde bei den kölnerinnen rahl mit der chance zu werden das wäre das dritte tor gewesen für maxi rahl weniger gewinnen guten freistoß getreten in der zweiten hälfte nicht mehr so in aktion gewesen aktionsradius etwas kleiner geworden in der ersten war sie wirklich sprudelig und da sehen wir noch mal hier rahl mit dem schönen haken hirano kann sie nicht stoppen und dann ist es die treffer nummer sieben verhindert samsthofska hat sich aufgearbeitet und da kommt sie doch laura donhauser in ihrer ersten saison beim ersten fc köln gegen einige vom fc bern die sie noch kennt aus ihrer zeit dort aber ihre position ist halt auch im normalfall bei den münchnerinnen von glas besetzt und der jungen bayern die jetzt also hier beim fc ihr glück versucht eine minute ist noch auf der uhr der jungen bayern hatten das nach dem 1 zu 0 richtig gut im griff eine sydney lohmann wird gar nicht mehr kommen heute vielleicht ja dann am dienstag in lissabon erst in der nächsten nächsten woche geht es dann weiter bei uns hier am freitag mit bayern leverkusen gegen den sc sand sind wir dann live wieder mit dabei die bayern spielen tags drauf gegen die tsg hoffenheim Tabellenvierter derzeit, die Hoffenheimerinnen mit sieben Punkten. Für Köln geht es nach Wolfsburg. Das wird auch natürlich jetzt kein Spaziergang für die Kölnerinnen. Kein leichtes Anfangsprogramm für den 1. FC Köln. Das musste auch mental verdauen. Das haben die Freiburgerinnen derzeit auch erlebt oder müssen sie erleben. Diese drei Auftaktpartien, ganz tough für die Badenerinnen. Die morgen noch gegen den VfL Wolfsburg spielen. Dann haben sie es überstanden, sage ich mal. Frankfurt in Hoffenheim. Das ist schon ein Weichensteller, dieses Match morgen. Zwischen Frankfurt auf 3 und Hoffenheim auf 4. So, Donhauser. Aber kommt nicht hinterher. Ja, Julio gewinn ich da immer noch zu schnell. Aber, Julio gewinne es da immer noch zu schnell. Werner, kriegen Sie noch mal eine Chance. Jakobsson weiter aktiv. War schon draußen. Schweden kann es nicht glauben. Ja, und das ist auch noch mal eine schöne Geste. Hier zum Ende raus Francesca Carlo. Ein bisschen Spielpraxis noch zu geben für Müller-Priesen. Hat sich sicherlich auch mehr Einsatzzeiten erhofft, die Schweizerin. Kam von Werder Bremen damals nach Köln. Ja, nervöser Anfang auch von Manon Klett. Die sich dann eingefunden hat, vielleicht auch von der Maske ein bisschen behindert war. Ich weiß es nicht genau, was da los war, die ersten 20, 25 Minuten. Dann hat sie aber gezeigt, zu was hier alles in der Lage ist. Und jetzt kriegen wir noch mal eine Möglichkeit für Köln, in den 16er einzudringen. Stürmerfoul von Don Hauser. Ja, pünktlich dann. Genau drei Minuten waren es, die nachgespielt wurden. Ein Pflichtsieg für den FC Bayern München. Die Schere ist natürlich schon ziemlich groß zwischen den ersten Mannschaften in der Liga und dann besonders den Aufsteigern. Jens Scheuert hat vor der Partie gesagt, er traut den Kölnerinnen schon zu, auch so Richtung Platz 5 und 6 zu gehen. Aber das wird hart mit so einer Abwehrleistung, wie sie es in der ersten Hälfte gezeigt haben. Und man sieht es auch den Kölnerinnen an, wie enttäuscht sie jetzt sind. Ein 0 zu 6 Klick.